Mein Name ist Dominik Hauenstein, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht mit knapp zehn Jahren Berufserfahrung. Insbesondere berate ich Arbeitgeber. Ich war bereits zweimal als Syndikus-Rechtsanwalt für ein Unternehmen tätig, habe bei zwei großen Arbeitgeberverbänden zahlreiche Arbeitgeber beraten. Weiterhin berate ich auch Betriebsräte von der betrieblichen Mitbestimmung über das Beschlussverfahren bis hin zur Einigungsstelle. In Zahlen gesprochen, ich habe mehr als 100 Betriebsräte vor Gericht vertreten, mehr als 500 Arbeitnehmer vor Gericht begleitet und mehr als 1500 Arbeitgeber anwaltlich beraten. Mit mehr als 150 Bewertungen gehöre ich zu den am meisten bewerteten Fachanwälten für Arbeitsrecht in München. Wenn wir uns vor Gericht treffen, halten Sie nach einem Rennradlfahrer mit Robe Ausschau.